Unser fachliches Thema heute ist die Artikelsuche in GEWES ERP. Ich möchte Ihnen gleich direkt im Programm zeigen, wie die Artikelsuche prinzipiell funktioniert. Des Weiteren möchte ich in die Einstellungen gehen und Ihnen dort die wichtigsten Dinge kurz zeigen. Ich befinde mich im Rollencenter von GEWES ERP NAV und um die Artikelsuche zu zeigen, öffne ich dazu das Fenster Artikelinformation. Ich klicke dazu auf den Link, das Fenster öffnet sich und ich habe hier oben im Feld Nummer die Möglichkeit, meine Suche einzugeben. Ich kann natürlich jetzt jedweder den Suchbegriff eingeben, über den ich den Artikel finden kann und der als Suche eingestellt ist. Aber da reden wir nachher noch etwas genauer drüber. Ich möchte einfach mal kurz in Erinnerung rufen. Ich gebe einen Suchbegriff ein, Zero. Und wenn ich den Suchbegriff eingegeben habe, mit Enter bestätige, sucht er entsprechend Zero. Und Sie sehen, ich bekomme eine Auswahl, maximal 100 Treffer. Und um gleich den oberen Bereich kurz zu beachten. Es sind auch einige Voreinstellungen da. Ich werde auch EK gesperrte angezeigt bekommen und VK gesperrte angezeigt bekommen. So, die Liste ist mir natürlich jetzt viel zu lang und ich möchte einfach mal noch dazu geben den Begriff Lack. Wenn ich das tue, sehen Sie, schränkt das die Liste natürlich erheblich ein. Das heißt, alles, was ich hier angezeigt bekomme, steht irgendwo drin das Wort Lack. Irgendwo. Ja. So, wenn ich dann noch etwas weiter einschränke, dass ich zum Beispiel jetzt noch einmal das Wort Holz dazu schreibe, schreibe ich auch noch mal das Wort Holz dazu. Und Sie sehen, so schränke ich immer weiter ein, je nachdem, wie viele Suchbegriffe mir sinnvollerweise einfallen und wie lang die Liste dann eben entsprechend nachher sein muss, damit ich mich entscheiden kann. Gut, das ist eine normale Suche. Hier auch bitte beachten, es gibt eine Einschränkung beim ersten Suchbegriff. Und zwar, wenn ich jetzt mal den ersten Suchbegriff eingebe und ich schreibe nur Ero. Ich werde das jetzt mal auf diesem Wege zeigen. Ich vergesse einfach das Set, schicke das ab und Sie sehen, er findet jetzt einfach mal irgendwas, wo Ero davor steht. Aber er hat nicht Zero gefunden. Das heißt also, es scheint so zu sein, als muss immer der Wort, jetzt das Wort Anfang gesucht werden. Ich werde mal eins tun. Ich schreibe mal davor Sternchen, Ero. Und wenn ich dieses auf die Reise schicke, zum Suchen, sehen Sie dann dort sogar ein kleines Sekündchen länger und er findet jede Menge mehr sogar noch. Natürlich Zero und auch noch andere Dinge. Warum ich das zeige? Wenn Sie nicht genau wissen, ob der Begriff am Wort Anfang steht oder ob der ein Wort Teil ist, dann können Sie mit dem Sternchen davor eben diese eingestellte Systematik außer Kraft setzen und dann eben auch sagen, okay, ich zwinge dich dazu, auch beim ersten Suchbegriff nach Wort teilen zu suchen. Gut, das sollte jetzt einfach nochmal die Artikelsuche in Erinnerung bringen. Ich möchte einmal kurz über die Einstellung mit Ihnen sprechen. Ich verlasse dazu einmal, indem ich einen Artikel markiere, die Artikel suche. Okay. So, gehe aus der Artikelinformation raus und gehe einmal in die Lagereinrichtung. Das mache ich jetzt mal einfach relativ schnell, indem ich oben in die Schnellsuche, Lagereingebe, kleinen Moment warte und in die Lagereinrichtung springe. Dort in der Lagereinrichtung sehen Sie unter Aktionen die Artikelsuche. So, wenn ich jetzt die Artikelsuche öffne, um Ihnen da erstmal einen Überblick zu geben, schließe ich erst auch einmal das Fenster allgemein. Sehen Sie, ich habe mehrere Registerkarten, um die Artikelsuche relativ dezidiert einzustellen. In der Registerkarte allgemein, ich möchte also nicht auf jeden Parameter eingehen, sondern nur auf die wichtigsten. Sie sehen, es gibt dort oben immer erweiterte Suche aktivieren. Das sollte bei Ihnen immer angeklickt sein, weil der sonst nur nach der Standard-Navision-Suche vorgeht. Und es muss natürlich die Indexierung aktiviert werden. Das heißt, jeder Artikel wird in mehrere Indexbegriffe zerschlagen, hätte ich beinahe gesagt, je mehr Worte daraus bestehen. Zum Beispiel ein Cero, Bundlack, 4711, irgendwas. Ja, da könnte man nach allen vier Begriffen suchen. Und das schafft die Indexierung. Gut, worüber wir eben oder was wir eben gesehen haben, Sie sehen hier die generellen Parameter. Ja, hier steht drin, am Beginn des Feldes suchen. Das ist das, was ich eben gezeigt habe und was ich ausgehebelt habe mit dem Stern, also vor dem ersten Suchbegriff. Ja, bei Indexfeldern ab dem zweiten Suchbegriff, ja, können Sie auch Teile suchen. Das ist ab dem zweiten Suchbegriff sowieso generell eingestellt. Gut, der Rest eben, ob Sie eine Fortschrittsanzeige sehen wollen und so weiter. So, das ist noch wichtig. Wenn Sie hier ein Zeichen eingeben, wie zum Beispiel die Raute, dann können Sie die letzte Suche einfach wiederholen lassen, indem Sie als Suchbegriff die Raute eingeben und es wird Ihnen die letzte Suche, so wie sie angezeigt wurde, noch einmal angezeigt und Sie können aus der Suche ein weiteres Mal wählen. So, was war sonst noch wichtig? Hier unten das Feld Trennzeichen für die Suche. Es muss ein Plus eingegeben sein, damit ich weiter suchen kann, weil hier das Plus definiert ist. Hier zum Beispiel Zeichen löschen bei Indexierung. Es wird zwischen Worten, wenn ein Punkt dazwischen steht, der Punkt gelöscht und damit werden die beiden Begriffe zur Indexierung verwendet. Ja, das hier, Indexfelder Trennzeichen, immer wenn in Artikeltexten ein Komma, ein Semikolon, ein Schrägstrich oder ein Doppelpunkt kommt, wird dieses Sonderzeichen als Trennung der Worte verwendet, damit man eben nach den einzelnen separaten Worten suchen kann. So, dann hier oben kann man angeben, welche Felder werden denn zur Indexierung herangezogen? Ja, und hier unten noch einmal ganz kurz, wenn man eine Ansicht in der Suche wählt, wie ist dort die Sortierung, nach welchen Feldern? So, das soll zur Standardanrichtung einmal genügen und ich schließe die Registerkarte allgemein und Sie sehen jetzt, dass ich eine spezielle Einstellung vornehmen kann in Verkauf, Einkauf, Einkauf, Rechnung, Gutschrift, Lager, Inventur, Staffkataloge, V-Bad-Disposition und Point of Sale, also unsere Postkasse. Ja, das heißt, ich kann also für Verkauf bedeutet Aufträge, Angebote, Einkauf, Bestellungen, Anfragen, Rechnung und Gutschrift, klar, Lager, das ist Artikelkarte und Artikelinformation, kann ich speziell einstellen, wie Artikel gesucht werden. Ich möchte das einmal bei Verkauf einmal demonstrieren. Sie sehen alle gleich aus, alle Indexregister. So, Sie sehen hier, welcher Modus zum Beispiel, ja, erst Artikel, dann Katalog. Sie wissen, Sie haben oder viele von Ihnen haben einen Katalog dahinter, er sucht erst im aktiven Artikelstamm, erst dann im Katalog. Sie können ihn aber auch nur im Artikelstamm suchen lassen und wenn Sie wollen, zusätzlich im Katalog stammen. Das geht natürlich dann schneller. Hier kann es sehr lange dauern, wenn er im aktiven Artikelstamm keine Entsprechung findet. So, was ist noch wichtig? Die Maxanzahl der Treffer zum Beispiel, 100. ist voreingestellt, ja. Hier, das sind Voreinstellungen, wie Sie eben gesehen haben. Sollen auch EK-Gesperrte, sollen VK-Gesperrte angezeigt werden. Sollen nur Artikel mit Bestand angezeigt werden. So etwas. Dieses hier zeigt die Reihenfolge, wie gesucht wird. Das heißt, zuerst wird immer nach dem Barcode gesucht und wenn der Barcode gefunden worden ist, hört sofort die Suche auf und er zeigt diesen einen Artikel an. Als zweites wird nach Artikelnummer gesucht und wenn er ihn gefunden hat, hört er sofort mit der Suche auf, ja. Und Sie sehen, das geht so weiter. Hier hinten sehen Sie immer die Zahl der Reihenfolge, ja. Und ob beim Finden direkt mit der Suche aufgehört wird, ja. So, wenn ich hier mal durchgehe, Sie sehen, als drittes Katalogartikelnummer, okay, hört er auch bei der Suche auf und dann gibt es die Debitorenartikelnummer, Kreditorenartikelnummer und so weiter. Sie sehen, hier können Sie einstellen, in welcher Reihenfolge er sucht und ob er beim Treffer direkt aufhört. Das ist etwas, was Sie auch mit Ihrem Artikel schon dann ausprobieren müssen, ob das für Sie gute Suchergebnisse bietet. So, ich werde dieses Verkauf mal wieder schließen und einmal Lager öffnen. Da ist es. Weil Sie sehen, bei Lager sind EK-Gesperrte, VK-Gesperrte angezeigt. Das war eben auch bei meiner Demonstration. Und das war in Verkauf nicht, weil ich in der Artikelinformation gesucht habe. Da habe ich diese spezielle Einstellung genommen. Das soll hierfür jetzt erstmal genügen. Sie sehen, hier können Sie für jeden Bereich eine einzelne Einstellung vornehmen. Als letztes möchte ich Ihnen zur Suche noch etwas zeigen. Und zwar möchte ich einmal pro Benutzer suchen. Dazu gehe ich oben wieder in die Schnellsuche, schreibe Benutzer. Da habe ich einmal zu schnell Enter gedrückt. Gehe zu den Benutzern, nehme irgendeinen Benutzer, auf dem ich jetzt stehe. Und bei diesem Benutzer gehe ich zu Bearbeiten, gehe zu Benutzereinrichtungen, und in der Benutzereinrichtung gehe ich zu Aktionen. Und dort gibt es hier die Artikelsuche. Sie sehen, wenn ich dort jetzt draufklicke, ich will das jetzt einfach nicht tun, aber wenn jetzt die Standardwerte geladen werden und ich sage Ja, dann bin ich wieder in diesem Fenster und würde für diesen User ganz speziell einstellen. Ich tue das doch mal. Ganz speziell einstellen. Sie sehen, ich bin wieder in diesem Fenster Allgemein, Verkauf, Einkauf und so weiter, wie für ihn die Suche abzulaufen hat. Es gibt einfach Bereiche in einem Betrieb, die anders suchen müssen, um bessere Trefferergebnisse zu bekommen. Der Nachteil ist nur, wenn Sie das speziell für einige Mitarbeiter einstellen und später gibt es eine Diskrepanz bei der Suche erfindet, was nicht alle anderen empfinden das, müssen Sie immer auch in die persönlichen Einstellungen schauen, welches das Ganze natürlich dann langsamer macht und verlängert die Suche. Ich hoffe, dass dieses Tipps- und Tricks-Video Sie bei der Arbeit mit Gewiss ERP unterstützt. Sollten Sie weitere Fragen und Anregungen haben, senden Sie uns bitte eine Mail an gws-tv at gws.ms. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sollten Sie, es sind noch ein paar Tage.